Der Titel ist ein Traum, ein Lebenstraum. Ich weiß, dass das ein hartes Stück Arbeit wird, jetzt am gleichen. Ja, nervös bin ich immer. Man spürt es in der Früh, man hat keinen Appetit. Man denkt nur an den Fußball. Du kannst deinen Enkeln später sagen, Tor und Tor 2006, da war ich Meister. Blut, Schweiß, alles haben wir untergeordnet für diesen Traum, für diesen Titeltraum. Ver Eternal wird zurück, so wurde er. Jo, nachher nicht. Ich weiß, dass das nicht so gut und wie es ihnen sein wird, ich habe nicht so gut und wie lange. Ich habe nicht so gut. Und dann wird es ihr in der Zeit, dass wir fragen, ob es ihr in der Zeit zu sehen. Wir sagen, was ihr in der Zeit. Ich freue mich und wir arbeiten. Vielen Dank.